Hallo und herzlich willkommen in diesem Video. Ein Video, für das ich mich erst vor zwei Wochen entschieden habe. Denn da habe ich gefragt, bei Instagram stellt mir mal ein paar blöde Fragen zum Thema Schwangerschaft. Und dann habe ich dazu ein Video gedreht, was, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, hier eingeblendet ist. Ihr könnt es euch auf jeden Fall mal anschauen. Ich werde es euch unten in den Kommentaren auch verlinken. Und da kam nämlich immer wieder eine Frage. Und das war immer die Frage nach Salami essen, Sushi essen, Roßfleisch essen etc. Und auch Katzenkot wegmachen, ja oder nein. Und das alles ist ja irgendwo im Zusammenhang mit diesem Begriff Toxoplasmose. Und ich dachte mir, wisst ihr überhaupt, was Toxoplasmose ist? Eurem Schweigen entnehme ich, dass die Antwort nein ist. Ich denke nicht, dass Toxoplasmose jetzt für jedermann ein Begriff ist. Vielleicht hat man es mal gehört, aber was genau das ist, das klären wir in diesem Video. Wenn ihr einmal YouTuber werden wollt, dann bitte ich euch, das nicht in einem Neubaugebiet zu machen. Denn hier fahren diverse Baufahrzeuge lang. Was das ein bisschen immer stört. Toxoplasmose ist quasi der Name für eine Erkrankung, die durch einen Parasit verursacht wird. Und dieser Parasit heißt Toxoplasma gondii. Und deswegen heißt die Erkrankung auch Toxoplasmose. Die Durchseuchung mit diesem Parasiten ist extrem hoch. Bis zu 50% aller Menschen haben schon mal Kontakt mit ihm gehabt. Und ja, uns würde es allen sehr, sehr schlecht gehen. Oder man hätte schon mehr davon gehört, wenn das jetzt eine ganz schlimme Erkrankung erstmal auslösen würde bei normalen, gesunden, erwachsenen Menschen. Denn das passiert eben nicht. Die Erkrankung mit diesem Parasiten ist primär erstmal fast asymptomatisch. Vielleicht hat man mal so ein bisschen Grippe- oder erkältungsähnliche Symptome. Und nach drei, vier Tagen ist das wieder weg. Und kein Mensch weiß, ob das jetzt die Toxoplasmose war. Also dieser Parasit sich da irgendwo breitgemacht hat und so eine kleine Infektion verursacht hat. Kann sein, kann eben auch nicht sein. Und das Problem hat man vor allen Dingen, wenn man schwanger werden möchte oder schwanger ist. Denn diese Erkrankung, und das hat man ja schon mal gehört, kann in der Schwangerschaft schon richtig Schaden anrichten. Und wenn man das von dieser hohen Durchseuchung hört, hat man natürlich vor allen Dingen Angst, dass man sich das in der Schwangerschaft oder schon bei Kinderwunsch einfängt. Das ist nämlich das Problem. Bei Erwachsenen haben wir gelernt, ist das nicht so schlimm. Aber in der Schwangerschaft kann das schon böse Schäden anrichten, bis hin zur Fehlgeburt oder auch ganz blöde Fehlbildungen, die wir gleich noch besprechen. Und wenn wir darüber sprechen, Schwangerschaft und Toxoplasmose, dann stellt sich auch immer die Frage, wie kann ich es vermeiden, mich irgendwie anzustecken mit diesem Parasiten. Und da kommt dann immer dieses Katzen, Katzenkot, rohe Fleisch etc. ins Gespräch. Denn die Katzen sind quasi der Endwirt für so einen Parasiten. Ein Parasit, das ist ja die Definition, ernährt sich immer von seinem Wirt. Da können wir noch ganz kurz den Begriff Parasit und Symbiont erklären. Ein Parasit ernährt sich quasi von Stoffen oder von dem Wirt, ohne ihm dafür was zu geben. Ein Symbiont oder die Symbiose ist etwas, wir kennen das alles von diesen Putzerfischen, von so riesigen Walen, wo ganz viele kleine Fische dranhängt. Die ernähren sich also von Schuppen und Abfall von diesem Wal, was auf ihm draufhängt und machen ihn dadurch sauber. Und selbst haben sie auch einen Benefit, denn sie werden ernährt. Ja, das ist eine Symbiose. Aber Parasiten sind eben gemein, weil sie sich eben quasi am Wirt laben. Und der Endwirt ist die Katze. Und die Katze kann Eier von diesen Parasiten im Kot ausscheiden. Und diese Eier, wenn wir die aufnehmen, können die potenziell eben diesen Schaden anrichten. Und deswegen sollte man vermeiden in der Schwangerschaft eben das Katzenklo selbst zu machen. Oder man hat eben Schutzmaßnahmen wie Mundschutz oder auch Handschuhe. Dann geht das natürlich auch. Aber im besten Falle machst du im schwangeren Zustand nicht das Katzenklo. Ich war auch nicht sehr erfreut, dieses Katzenklo machen zu müssen. Und irgendwie ist es auch so, dann ist das Kind da und man macht trotzdem weiter das Katzenklo. Das ist schon relativ geschickt gemacht von Mareike. Jedenfalls solltet ihr das vermeiden. Und wir haben jetzt nicht nur Hauskatzen, die hier schnurrend auf der Couch liegen, sondern es gibt natürlich auch Katzen da draußen, die dann auch irgendwo anders ihr Häufchen machen. Und das kann wieder aufgenommen werden von Kühen zum Beispiel, die das Gras essen, wo gerade eine Katze hingemacht hat. Die nehmen also als Zwischenwirt auch diese Eier auf. Und wenn wir jetzt nicht gut durchgegartes oder durchgekochtes oder durchgebratenes Fleisch essen von dieser Kuh, die diesen Katzenklo gegessen hat, mit den Eiern des Parasiten drin, dann können wir uns potenziell anstecken. Und deswegen sagt man, dass man eben vermeiden soll, rohes Fleisch zu essen. Ähnlich sieht es natürlich auch aus, wenn man jetzt Gartenarbeit zum Beispiel macht. Gartenarbeit oder ungewaschenes Gemüse isst oder ungewaschenen Salat isst, wobei Salat dasselbe ist wie Gemüse fast. Jedenfalls, es geht immer darum, wenn Katzen irgendwo hinmachen könnten und man könnte das dann ungewaschen essen, dann hat man eben das Problem, dass man diese Parasiteneier mit aufnehmen kann. Also auch da sollte man relativ vorsichtig sein, wenn man jetzt zum Beispiel rohes Gemüse vom Feld pflückt und isst. Und da kommen wir gleich nochmal drauf mit dieser Salami-Frage. Denn heutzutage in der Industrie ist es so, dass ganz, ganz, ganz viel geräuchert, gepökelt, durchgebraten, tiefgefroren ist. Und da können eben diese Eier, dieser Parasiten nicht überleben. Und deswegen ist es nicht ganz so wild, was so abgepackte Salami jetzt zum Beispiel angeht. Man sollte nur wirklich bei rohem Fleisch ein bisschen aufpassen. Gut, zurück zum Thema. Die Wahrscheinlichkeit, sich mit einer Toxoplasmose in der Schwangerschaft anzustecken. Das kommt, diese Zahl, die ich jetzt gleich nenne, finde ich immer ein bisschen schwierig, weil es kommt natürlich darauf an, wenn du jetzt eine Bäuerin bist, die tagtäglich auch mit rohem Fleisch zu tun hat oder ein Metzgerfachangestellter, die jeden Tag mit rohem Fleisch zu tun hat oder eine, 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 weiß ich nicht, Tierärztin, die ganz viel mit Katzen zu tun hat. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, sich in der Schwangerschaft natürlich anzustecken, ein bisschen höher als bei einem Otto-Normal-Katzentreffer auf der Straße. Aber die Zahl ist 0,6%. Die Wahrscheinlichkeit ist es eben, sich in der Schwangerschaft mit dieser Toxoplasmose anzustecken. Das heißt jetzt noch nicht, dass man auch eine Übertragung auf das Kind hat, die sich da eben mit Fehlbildung oder auch Abbruch der Schwangerschaft äußert, sondern das heißt nur, dass man sich infiziert. 0,6%, das habe ich in dem Video zu blöde Fragen schon gestellt, ist natürlich nicht 0, das muss man schon sagen, aber es ist eben auch ganz, ganz, ganz weit weg von hochwahrscheinlich. Und deswegen muss man natürlich für sich gucken, ob ich jetzt vielleicht doch die Salami esse oder doch die Katze streichle oder was weiß ich. Also die Zahl beruhigt ein bisschen auf der einen Seite, aber ist eben nicht 0 und deswegen wird auch kein Arzt der Welt und keine Ärztin der Welt euch empfehlen, Fleisch zu essen, sondern man muss es eben so offen diskutieren, wie wir es jetzt gesagt haben, es gibt eine Wahrscheinlichkeit, sich damit anzustecken. Und das ist auch noch ein Punkt, ein bisschen überlegen muss man jetzt, denn in der frühen Schwangerschaftswoche ist die Übertragungsrate, wenn man sich jetzt ansteckt, relativ gering. Das heißt, das ist schon mal gut, wenn man jetzt, sage ich mal, so ein Parasitenei zu sich genommen hat und man ist jetzt früh schwanger, kann es sogar sein, dass das gar nicht durch die Platzhände auf das Kind übertragen wird. Aber die Krux ist, wenn es übertragen wird, dann ist das Risiko, dass man jetzt da Schäden anrichtet oder dass der Parasit Schäden anrichtet, sehr, sehr hoch. Und da ist eben das Problem andersrum. Wenn man eine späte Schwangerschaftswoche jetzt zum Beispiel hat, du bist kurz vor deinem Entbindungstermin, dann ist die Übertragungsrate sehr, sehr hoch, aber die Fehlbildungsrate ist relativ niedrig. Und so ist das so ein bisschen, ja, umgekehrt proportional, würde dem Mathematiker sagen. Und im nächsten Schritt sprechen wir über die Diagnostik. Wie kriege ich jetzt raus, ob ich eine Toxoplasmose habe oder nicht? Bei jeder Erkrankung bilden sich Antikörper gegen eben diese Fremdstoffe. Wenn ich jetzt sage, okay, ich kriege jetzt hier ein Virus ab, habe Schnuppen, dann merkt man im Immunsystem, okay, gegen diesen Virus muss ich Antikörper bilden. Und da gibt es zwei Arten von Antikörpern. Einmal, welche, die akut auf diese Erreger stürzen. Und dann gibt es noch Antikörper, die quasi so ein Gedächtnis sind. Die sagen, okay, da war dieser Virus, ich bilde mich mal, das dauert aber ein bisschen bei dem Immunsystem, das ist eben nicht sofort da. Und die zirkulieren dein Leben lang in deinem Körper, um immer diese Erkrankungen, die da vielleicht nochmal auf dich zukommen, gleich abfangen zu können. Übrigens, das ist genau das Prinzip von Impfungen. Dass man eben diese Gedächtnis-Antikörper bildet, um die Infektion, die vielleicht mal kommt, direkt angreifen zu können. Problem ist nur, diese akut Antikörper, die sich sofort bilden, die können nicht auf das Kind übertragen werden. Die sind quasi zu groß. Das sind so, stell dir so mächtige Maschinen vor, die jetzt auf diese Antigene dann eben sich draufstürzen. Und die sind einfach so groß und mächtig, dass sie durch die Plazenta noch nicht durchkommen, im Gegensatz zu diesen Gedächtnis-Antikörpern. Und die sagen, okay, ich schlüpfe mal durch und schütze das Kind auch so ein bisschen mit. Problem ist aber natürlich, bei einer Erstinfektion in der Schwangerschaft hat das Kind keinen Schutz. Und das ist das Problem. Hast du aber schon mal so eine Toxoplasmose durchgemacht und diese Gedächtnis-Antikörper sind eben da, dann ist das Kind geschützt. Und das kann man mit eurem Blut testen. Aber es ist eben nicht vorgeschrieben in der Schwangerschaftsrichtlinie. Also der Arzt muss es nicht machen. Es gehört nicht zu den Sachen, die man machen muss. Es gibt ja so ein paar Bluttests, die man machen sollte oder muss, die vorgeschrieben sind. Aber das gehört eben nicht dazu, sondern nur, wenn man ein Risiko hat, wenn man Katzen zu Hause hat, wenn man auf dem Bauernhof arbeitet, wenn man Metzgereifachangestellte ist etc. pp. Dann kann der Arzt sagen, okay, wir machen diesen Toxoplasmose-Test. Und das ist bis heute eben keine Leistung, die eine Krankenkasse übernimmt. Die sagt nämlich, man kann doch sich gut schützen, indem man das eben vermeidet mit Katzenkontakt zu haben etc. pp. Deswegen, wir bezahlen diesen Test erstmal nicht, außer man hat jetzt den akuten Verdacht einer Toxoplasmose. Dann übernimmt die GKV eben auch die Kosten für diesen Test. Aber es ist natürlich immer eine Igeleistung, die man anbieten kann. Und wenn ich sage, ich möchte 100% Sicherheit, dann muss man es eben selbst zahlen. Das ist eine Möglichkeit, die es auf jeden Fall gibt. Jetzt fragt ihr mich, würdest du es machen, würdest du es empfehlen? Ich würde es tatsächlich so handhaben, wie die Krankenkassen ein bisschen, wenn man jetzt wirklich kein Risiko hat und das auch gut vermeidet, dass man jetzt rohes Fleisch etc. isst. Dann braucht man sich dagegen auch nicht testen oder da nicht testen lassen. Kommen wir mal zur Therapie. Wenn du jetzt wirklich den Verdacht hast, eine akute Toxoplasmose ist im Raum, kann man das auch nachweisen, auch im Blut. Und indem man eben diese Antikörper zum Beispiel bestimmt. Es gibt noch eine andere Methode, in der man relativ und ganz genau sagen kann, ja, da sind Toxoplasmose, da sind diese Parasiten vorhanden im Blut. Das ist jetzt eine Erstinfektion. Wir haben jetzt wirklich den hochgradigen Verdacht, dass das vielleicht dem Feten schaden könnte. Dann gibt es auch eine Therapie eben mit einem Art Antibiotikum. Da kommt es ein bisschen darauf an, in welcher Woche du bist. Ab der 14. Woche änderte sich das Regime ein bisschen. Das geht für euch viel zu weit. Das muss ich wissen, aber ihr nicht. Aber es gibt da Therapiemöglichkeiten. Wichtig und so ein bisschen der Haken an der Geschichte ist, man muss innerhalb der ersten vier Wochen nach der Erstinfektion eben behandeln. Und oftmals haben wir gelernt, ist das etwas, wo man jetzt keine großen Symptome hat. Und woher sollte man jetzt wissen, ich habe eine Toxoplasmose oder habe ich mir nicht im Herbst doch einfach den Schnupfen zugezogen. Man kann jetzt auch nicht bei jedem Pieps zur Klinik laufen oder zur Praxis laufen und sagen, ich habe, glaube ich, Toxoplasmose. Das heißt, diesen Verdacht also ernsthaft stellen zu können, ist schwierig. Und deswegen ist es auch mit dieser Therapie schwierig, da rechtzeitig eben anzufangen. Eine Infektion eines ungeborenen Kindes führt in vier bis sechs Prozent zu eben diesen Erkrankungen, die dadurch verursacht werden können. Das sind Verkalkungen im Gehirn. Man hat einen Wasseraufstau in den Räumen, die dort im Gehirn sind von dem Kind. Kann sein, dass das Kind zu klein ist, dass die Milz zu groß, die Leber zu groß wird. Das sind alles diese Symptome, die so eine Toxoplasmose in der Schwangerschaft verursachen kann. Wenn man jetzt den akuten Verdacht hat, einer chronatalen Toxoplasmose, so heißt es auf schlau, oder man hat es therapiert, dann kommen in der weiterführenden Diagnostik ganz viele Ultraschalluntersuchungen auf dich zu. Man möchte eben sehen, entwickelt sich das Kind normal, wächst es normal, was macht Milz, Leber, was machen die Verkalkungen eben. Da muss man also ganz viel über sich ergehen lassen, wenn wirklich gesichert ist, dass du vielleicht diese chronatale Toxoplasmose entwickeln könntest. Großes Thema und ein riesiges Sorgen- und Angstthema. Wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt und die 100 Prozent fast erreichen möchtet, dann bleibt euch eigentlich nichts anderes übrig, als wirklich gut durchgegartes, gut durchgekochtes, geräuchertes Fleisch zu euch zu nehmen und eben den Katzen-Kot-Kontakt zu vermeiden. Ich werde oft gefragt, kann ich denn meine Katze streicheln und was ist, wenn die mich abschlabbert? Sage ich natürlich primär, der Überträger sitzt im Katzen-Kot, aber eine Katze, wenn die sich mal am Popoloch putzt, kann die eben auch diese Eier irgendwo im Mundraum, im Rachenraum haben und potenziell beim Abschlabbern auch übertragen. Und Katzen-Kot kann auch mal irgendwo im Fell hängen. Katzenliebhaber und Besitzer wissen das. Und deswegen tue ich mir da immer schwer. Naja, ich würde gerne sagen, ach, könnt eure Katze streicheln, kuscheln, küssen, was ihr wollt, aber es ist eben nicht 100 Prozent gewährleistet, dass nicht doch irgendwo diese Parasiten-Eier sitzen. Ich hoffe, das Video war einigermaßen informativ. Ihr habt jetzt verstanden, was die Toxoplasmose und dieser Parasit sind, was der macht. Ihr habt die Wahrscheinlichkeit im Kopf, die gering ist, aber die trotzdem da ist. Und ihr wisst jetzt auch, warum man jetzt die Toxoplasmose einfach nicht im Mutterpass so als Standarduntersuchung findet, weil sich da eben noch die gesetzlichen Krankenkassen ein bisschen sträuben und weil es eben vermeidbar ist durch so eine Expositionsprophylaxe. Wenn dir das Video gefallen hat, jetzt noch nicht abschalten. Die meisten schalten jetzt ab. Nicht abschalten. Jetzt wird es noch ganz wichtig. Ihr müsst hier, ich weiß nie, in welche Richtung das ist. Erstens ist das Spiegel verkehrt und zweitens, irgendwo ist so ein Button. Da drückt ihr drauf, dann habt ihr mich abonniert. Das finde ich toll, weil dann weiß ich, hey, das gefällt den Leuten, was die da so gucken und die wollen mehr sehen. Wenn ihr noch so einen kleinen Daumen nach oben setzt, dann weiß ich das auch. Ich denke, hey, cool, den Leuten gefällt das, was ich da mache und ich kann ein bisschen mehr Videos für euch drehen. Wenn ihr noch Fragen, Wünsche, Anmerkungen habt, dann schreibt es immer in die Kommentare. Ich finde die Diskussion unter diesen Videos immer wirklich gut und meistens klinke ich mich dann auch mal mit ein. Und gebe meinen Senf dazu. Ansonsten könnt ihr auch mal bei Instagram vorbeigucken oder bei Facebook. Da findet ihr mich auch und da gibt es auch mal so ein paar Einblicke hinter dieses medizinische Wissen. Und das war es. Jetzt könnt ihr abschalten. Nein, jetzt könnt ihr abschalten. Gut, bis zum nächsten Mal. Tschau. Musik 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 Musik